Einen ganz wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zurück zum Identity und Access Management. Wir haben die Theorie des Arbuck hinter uns gelassen und starten jetzt mit dem Arbuck. Ich weiß, die sind sich sehr ähnlich. Ich spreche vom Attribute-Based Access Control. Das bedeutet, wir legen uns jetzt plötzlich nicht mehr auf Rollen fest, sondern auf Attribute. Es gab mal eine Vorhersage, dass im Jahr 2020, ich glaube, bis zu 70% aller Businesses auf Arbuck, also Attribute-Based Access Control, umgestiegen sein wollen. Die war von Gartner damals. Und das ist natürlich nicht passiert. Jetzt gibt es eine neue Statistik oder eine Studie oder eine Vorhersage, dass bis 2025 80% umgestiegen sein wollen auf Arbuck. Arbuck. Ich habe noch meine Zweifel. Denn Arbuck muss nicht unbedingt sein, aber es kann je nach Situation euch das Leben entweder zur Hölle machen oder zum Himmel machen. Und deswegen lasst uns auf jeden Fall kurz drüber reden. Es ist nämlich ein wichtiges Konzept. Nehmen wir dieses Szenario. Das bin ich. Bei mir, wenn ich mich auf einer Webseite einlogge oder registriere oder sagen wir einfach mal, wir haben einen staatlichen Identity Provider, der all diese Informationen hat. Oder wir sind einfach bei YouTube registriert oder, oder, oder. Bei einer Plattform. Dann sammelt diese Plattform Daten über mich. Seien es diese Daten hier. Mein Name ist Cedric Mössner. Ich bin 30 Jahre alt. Ich wohne in Entenhausen und ich habe einen YouTube-Kanal, der hat aktuell ungefähr 220.000 Abonnenten. Und ich habe eine Website, die Bootstrap Academy, die ihr übrigens definitiv mal auschecken solltet. An der Stelle, das reicht schon, um einige Dinge über mich vorherzusagen. Zum Beispiel, ich darf manche Sachen tun und andere Sachen eben nicht tun. Je nachdem, in welchem Szenario wir hier sind. Eine Anfrage sieht aktuell immer so aus. Eigentlich auch bei Role-Based Access Control zumindest sehr ähnlich. Da wird dann halt die Rolle gecheckt. Hier brauchen wir keine Rollen mehr. Hier geht es nur noch um die Attribute. Das heißt, was wir haben, ist im Endeffekt den Request, also die Anfrage. Wir haben den Nachweis der Identität, das heißt die Identifikation bzw. die Authentifikation. Wir haben die Attribut-Auswertung, die Attribute-Evaluation, nur falls ihr mal danach googelt, dass ihr nach den richtigen Begriffen sucht. Und am Ende die Access Control Decision. Das bedeutet in diesem Fall relativ simpel, wenn ich sage, ich will ein paar Gläser heben, ja, ich möchte jetzt mal einen richtig über den Durst trinken, dann bedeutet das so viel. Ich schicke die Anfrage, ich will Alkohol kaufen oder ich will was zu saufen haben und ich möchte das in einem Laden tun, in dem ich gerade bin. Dann muss ich mich, oder ich bestelle es online, egal, dann muss ich mich dazu identifizieren, sagen wir einfach mal mit einem Username, Passwort und meinem Security Key. Und was die machen ist dann, sie werten nicht meinen Ausweis aus, sondern sie haben den einmal eingelesen, mein Geburtsdatum einmal eingelesen, von meinem Ausweis zum Beispiel. Und werten dann aus, ist der Kerl eigentlich über 18, darf der Alkohol kaufen? Und in dem Fall, jo, das bin ich, also kriege ich ein Okay. So, nächster Schritt, also eine alternative Variante wäre, hey, ich möchte einen goldenen Playbutton bei YouTube bestellen. Dazu braucht man theoretisch eine Million Abos. Ich habe einen silbernen Playbutton, wer ihn noch nie gesehen hat, sollte man bei meinen anderen Videos reingucken. Aber, ja, einen goldenen kriegt man erst mit einer Million. Was ich also mache, ist, ich frage an, hey, ich will einen goldenen Playbutton haben, YouTube. Dann sagt YouTube, ähm, Digi, erstmal kurz identifizieren, Username, Passwort und dein Security Key natürlich. Und dann wird gecheckt, hat der eigentlich über eine Million Abos? Was ich nicht habe und deswegen heißt es hier Nope. Zumindest noch nicht. Mal gucken, ob sich das irgendwann mal ändert. So, das bedeutet, ähm, ich gehe hier leer aus. Und so funktioniert im Endeffekt, ja, so funktioniert im Endeffekt ABAC. Ähm, was hier sehr, sehr praktisch ist, ist folgendes. Ich muss keine Rollen mir überlegen. Ich muss auch keine Rollen definieren. Ich muss auch keine Rollen zuweisen. Sondern ich kann einfach die Attribute nehmen, die ja einfach existieren. Zum Beispiel einen Wohnort, wie viele Abos ich habe, wie, was mein Alter ist und so weiter und so fort. Das kann ich ja verwenden, um einfach tatsächlich hier meine, äh, meine Attribute auszuwerten und je nachdem Access Control zu machen. Und das ist der große Unterschied. Man macht hier sozusagen eine Art Rollenzuweisung automatisch. Das ist der erste Schritt. Das heißt, ich muss jetzt hier in diesem Fall nicht mehr plötzlich Alter von, oder eben das Alter eingeben bekommen, dann eine Rolle mit volljährig zugewiesen. Sondern ich gebe mein Alter ein und anschließend wird direkt ausgewertet, ob ich diese Rechte habe. Also ich muss nicht mehr wirklich aktiv werden hier. Es läuft automatisch und ich bin echt mächtiger bei den Rollen, also bei den Rollen, bin ich tatsächlich limitiert auf, hat X diese Rolle. Wenn das so ist, dann tue. Ja, das ist quasi das Vorgehen bei R, BAK, mit R, mit Rollen, Rollen. Und mit, ähm, mit Attributes oder mit Attributen kann ich ganz einfach sagen, ja, nee, ich habe hier eigentlich schon eine automatische Auswertung. Ähm, und diese Auswertung kann durchaus auch ein größer als sein, eine Verundung, ein kleiner als, ein gleich, ein was weiß ich was alles. Hier kann ich quasi beliebigen Code für meine Rollenauswertung schreiben. Und dazu gibt es einen Standard, der heißt ExactML, ähm, schreibt sich, ähm, komisch. Aber, ja, den lassen wir mal außen vor, weil da will sich irgendwie niemand so wirklich dran wagen. Die meisten implementieren es dann doch irgendwie selbst, weil der Standard sehr, sehr seltsam ist. Und, ähm, nicht so beliebt, sag ich jetzt einfach mal. Ja, so, aber das Problem ist ja, warum hat denn niemand oder nicht so viele Leute ABAG, ja? Warum gibt es denn immer noch so viele rollenbasierte Systeme? Und das ist eigentlich relativ einfach zu beantworten. Das Ding hat ein paar Probleme. Und zwar, es ist unfassbar komplex, diese ganzen Thematiken zu verwalten. Ich habe euch mal eine Grafik mitgebracht von der NIST, also vom National Institute for Standardization and Technology von America. Ja, ähm, hier sehen wir, glaube ich, ganz gut, wie komplex das alles werden kann. Und ich weiß nicht, ob wir das so unbedingt immer brauchen, ja? Ähm, das Zweite, und das finde ich persönlich sogar noch den schlimmeren Grund, ist die sogenannte Attribute Assurance. Das heißt, wie kann ich sicherstellen, dass meine Attribute wirklich das tun, was sie sollen? Nämlich Zugang geben zu den innersten Teilen meiner, ähm, meiner Enterprise oder meines Umfelds, meiner Webseite, mein was auch immer. Ich muss nämlich hier erstmal schauen, stimmen denn eigentlich die Attribute? Um mein Alter zu verifizieren, müsste ich also eine ID hinterlegen. Das heißt, ich müsste diese Webseite anschreiben, müsste der meinen Ausweis schicken und der könnte gefälscht sein. Das heißt, ich muss eigentlich zur Post gehen und dort einen Postident machen und, oh, nee, ähm, so, das ist alles gar nicht so einfach. Ähm, da wäre dann wahrscheinlich aber am Ende eine Rolle auch genauso gut, weil über mein Attribut kommt an sich nicht wirklich viel mehr rüber. Man muss aber vor allem auch rausfinden, welche Attribute man braucht. Das habe ich nicht mal aufgeschrieben. Man muss wirklich sehr, sehr gut überlegen, welche Attribute brauche ich eigentlich, um hier vernünftiges A-Bug zu machen. Also Attribute-Based Access Control. Das ist gar nicht so ohne, denn muss ich wirklich mein Alter sammeln? Oder muss ich das Alter sammeln? Ja, nicht unbedingt, je nachdem, was du halt machen möchtest. Wenn du zum Beispiel Alkohol verkaufen möchtest, wahrscheinlich schon. Wenn du jetzt aber entscheiden möchtest, ob jemand einen goldenen Playbutton bekommt, dann brauchst du das Alter nicht zu sammeln. Dann musst du nur die Abonnenten sammeln. Des Weiteren, Attribute müssen immer aktuell gehalten werden und das ist gar nicht so leicht, denn sowas wie der Name kann sich ändern, die Adresse kann sich ändern und wenn man die wirklich verifizieren möchte, dann muss derjenige einfach seinen Ausweis nochmal hinschicken. Und das ist gar nicht so ohne. Zusätzlich muss eine Verfügbarkeit gewährleistet sein und wir müssen natürlich auch die Integrität schützen unserer Attribute. Das heißt, niemand darf diese Attribute wirklich ändern, außer es hat einen berechtigten Grund und die dürfen natürlich auch nicht ausfallen. Und sie müssen synchronisiert werden, wenn wir in mehreren Ländern unterwegs sind und so weiter und so fort. Das heißt, mein Fazit ist, Attribute-Based Access Control ist mega mächtig, mega geil, aber leider häufig nicht so angenehm zu nutzen. Was hier jetzt allerdings häufig passiert und dazu möchte ich euch jetzt so ein kleines bisschen Off-Topic oder Off-Slides was dazu erzählen, und da könnte man eigentlich auch noch wirklich was machen, ist, ja, wir haben häufig so eine Art Mischform zwischen Rollen basiert, also Role-Based und Attribute-Based Access Control. Zum Beispiel solche Themen wie, darf ich einen Play-Button bestellen? Die laufen natürlich vollkommen automatisiert, weil die Zahl der Abonnenten ist etwas, das kann YouTube aus ihren Services direkt auslesen. Das heißt, diese Art von Zugriff oder Zugang, die kann ich relativ direkt evaluieren und ich weiß, dass das Attribut echt ist. Ich muss da nichts weiter tun. YouTube weiß ja, wie ihre Abos aussehen. Also klar, es gibt Schwankungen, wenn sie zum Beispiel mal wieder Bots löschen und so weiter, aber das ist ein anderes Thema. Normalerweise weiß YouTube, wie viele Abos sie haben. Dementsprechend ist dieser Punkt hier, also die Verifikation schon mal nicht mehr ein Problem. Die Attribute aktuell zu halten, auch kein Problem. Verfügbar müssen sie sowieso sein und die Integrität ist auch geschützt, weil, naja, man kann nicht einfach seine Abo-Zahlen verändern. Dementsprechend ist das hier alles schon weg und dieser Teil lässt sich dann sehr, sehr gut umsetzen mit attributbasierter Zugangskontrolle. Mit dem Alter sieht das ein bisschen anders aus. Wenn ich jetzt zum Beispiel einkaufen gehe, dann werde ich wahrscheinlich das nach wie vor mit meinem Ausweis machen müssen, weil es einfach nicht wirklich anders verifiziert werden kann. Und ich muss es sowieso verifizieren und will es eigentlich nicht zwischenspeichern. Und hier hat sich jetzt tatsächlich was etabliert, kann man sagen. Zum Beispiel gerade im Cloud Computing oder in IoT-Systemen oder Big Data. Da kann es tatsächlich vorkommen, dass genau so eine attributbasierte Access Control zum Einsatz kommt. Das kommt dann sehr, sehr stark auf den Einsatzpunkt drauf an. Und irgendwann sind Rollen tatsächlich sogar komplexer zu verwalten und zuzuweisen und vor allem automatisiert zuzuweisen als attributbasierte Zugangskontrolle oder Zugriffskontrolle. Und dementsprechend ist ABAC manchmal die einfachere Lösung als RBAC. Und tatsächlich bei Cloud, meine ich mal gelesen zu haben, 48% Nutzen, also fast 50% Nutzens. Und ja, viele planen es aktuell. Es ist immer so eine Gratwanderung. Habe ich noch Rollen basiert oder habe ich schon Attribut basiert? Das ist irgendwie nicht immer eindeutig gegeben. Selbst diese Unterscheidung, das ist eigentlich so ein fließender Übergang, würde ich eher behaupten. Und man macht nicht alles immer nur attributbasiert oder immer nur rollenbasiert. Dementsprechend aber trotzdem ein wichtiges Thema. Und ja, überlegt mal, wo ihr vielleicht in der Praxis auch attributbasierte Zugriffskontrolle habt. Also nehmen wir jetzt einfach mal an. Wir treffen uns im Supermarkt. Du, der dieses Video hier schaut und ich. Und ich sage zu dir, ey, zeig mir mal deinen Ausweis. So, wirst du wahrscheinlich mir nicht zeigen. Wenn jetzt ein Polizist kommt und sagt, hey, Ausweis her, dann schon vielleicht eher. Und da sehen wir eigentlich, dass in unserem alltäglichen Leben Attribute und der Kontext sehr viel mehr entscheiden als eine Rolle. Wobei ist Polizist wahrscheinlich die Rolle wäre, die wir eigentlich haben wollen. Aber wir werden wahrscheinlich nur nach seiner Marke fragen oder ihm vielleicht sogar einfach anhand seiner Uniform und seiner Waffe vielleicht oder was auch immer glauben, dass er Polizist ist. Das heißt, häufig entscheiden Attribute über die Rolle, die wir denken, dass ein Individuum hat oder irgendjemand gegenüber von uns hat. Und dann machen wir die Access Control. Darf der meinen Ausweis sehen oder nicht? Gut, das vielleicht am Rande so ein bisschen abgeschweift. Ich hoffe, das war in Ordnung für euch. Gebt mir gerne Feedback dazu und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.